So, Leute, dieses Wochenende gibt's doppelte EP bei Call of Duty Black Oops und ich dachte mir einfach mal, wir machen mal ein Match zusammen. Machen wir mal öffentliche Spiele, Spiel suchen, Nuketown, Nuketown, so. Ja, bei 39 bin ich schon, also ich hab schon ein bisschen gespielt und auch schon ein paar YouTube-Waffen freigeschaltet und ja, wir werden mal sehen, was da so passiert gleich. Nuketown-Stellung, okay, sucht nach Mitspieler, ich sollte vielleicht mal meinen Download stoppen, der noch am Laufen ist, so, dann finden wir auch Mitspieler, da, Bratpfanner, okay. Okay, ich stopp das Video kurz, bis das Match beginnt. So, und das Match beginnt, wir legen los. Nuketown 2025, Nevada, USA, Team, das Match. Weil er denkt nicht, dass ich allzu gut bin, also so gut bin ich nicht, ich bin eigentlich eher schlecht. Und das Match beginnt, das Match beginnt, das Match beginnt, das Match beginnt. Okay, jetzt geht's los. Achtung, hier kommt der Game-Mogul. Wo bist du, wo seid ihr? Ja, der erste, eins. He-He. Ei, 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 ei. Verdammt. Okay, mal gucken, ob hier oben ein Snapper rumhängt. Feindlicher vielleicht? Nee. Dammt. Dammt. Zeig dich. Na, kommst du hier rein? Feindliche Drohne nähert sich. Gibt's noch nirgends? Ich hab doch grad noch geguckt. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Okay. Wir verlieren diesen Kampf. Ach, verdammt noch mal. Gibt's doch nicht. Achtung, feindlicher Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Waffe leer, Decker! Ach, verdammt. Niederlage. Oh, nee. Das hat unserem Ruf geschadet. Aber war ein gutes Match, ne? Würde ich sagen. Gucken. Okay, ich hab nen 3 Abschluss. War kein gutes Match. Und damit ist Let's Play vorbei. Match Play. Das Match Play. Okay, ein Match vorbei. Bis zum nächsten Match. Wenn's euch gefallen hat. Euer GameMogul. Ciao, ciao.